Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten QR-Code-Generatoren. Das High-End-Produkt in unserem QR-Code-Generator-Test geht an den Rainer SCT Tanjak Deluxe. Der Tanjak Deluxe kann online nicht angegriffen werden, da er für seine Nutzung keine Internetverbindung benötigt. Zudem hat er einen zusätzlichen PIN-Schutz. Der Chip-Kartenleser unterstützt die Verfahren Smart-TAN Photo sowie Chip-TA in QR und vereint damit zwei Technologien in einem praktischen, komfortablen Generator-Abmessung in Tanjak Deluxe-Ladestation. Das Kartenlesegerät zeichnet sich durch seine schnelle Erkennung der Farbmatrix und QR-Codes aus und arbeitet deutlich schneller als ältere Flickercode-Generatoren. Fast alle führenden Online-Plattformen bieten die Möglichkeit, sich mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung anzumelden. Wird direkt unterstützt Sparkassen, Volks- und Reifeisenbanken, GLSDKB und BW Bank. Durch ein Börse-Plugin für Firefox und Chrome kann die Liste der kompatiblen Banken erweitert werden. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Fomemo M120. Der Etikettendruck des Fomemo M120 benötigt nur eine Ladezeit von 1,5 Stunden und eine Arbeitszeit von 12 Stunden, eine vollständige Aufladung hat eine Standby-Zeit von einer Woche. Klare Inhalte und ein leises Voice-Label-Gerät bieten Ihnen ein perfektes Arbeitserlebnis. Der kabellose Mini-Etikettendrucker kann Bluetooth 4.2 schnell mit dem Smartphone bis zu einer Reichweite von 33 Fuß verbinden. Es dauert nur zwei Sekunden, um eine Verbindung herzustellen. Die Fomemo M120 Bluetooth-Etikettenmaschine-App verfügt über eine Bilderkennungstechnologie, um die Arbeitseffizienz zu verbessern. Und die Printer Master App verfügt auch über eine OCR-optische Zeichenerkennung, erkennt Text auf Bildern in vier Sekunden. Thermo-Etikettendrucker brauchen nie Tinte und Farbband, helfen Ihnen, Geld zu sparen. Einstellbarer Papierhalter und automatische Etikettenerkennung, um Papierstaus und Abweichungen zu vermeiden, beschleunigt das Drucken. Der Preis-Leistung-Sieger in dem QR-Code-Generator-Test ist der reiner SCT-TAN-Jack. Der Chip-Kartenleser unterstützt die Verfahren Smart-TAN Photo sowie Chip-TA in QR und vereint damit zwei Technologien in einem praktischen, komfortablen Generator. Der stabile TAN-Generator verfügt über eine hochwertige Tastatur mit großen Tasten sowie ein kontrastreiches, beleuchtetes Display für Online-Banking in jeder Situation. Das Kartenlesegerät zeichnet sich durch seine schnelle Erkennung der Farbmatrix und QR-Codes aus und arbeitet deutlich schneller als ältere Flicker-Code-Generatoren. Das Kartenlesegerät wird mit drei AAA-Batterien betrieben und kann dank der stromsparenden, nachhaltigen Technik mit einem Batteriesatz bis zu fünf Jahre genutzt werden. Wird direkt unterstützt, Sparkassen, Volks- und Reifeisenbanken GLSDKB-BW-Bank. Durch ein Börser-Plugin für Firefox und Chrome kann die Liste der kompatiblen Banken erweitert werden. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.